Das Hauptwerk ist eine Springlade. Das heißt, man zieht es so raus und hakt es ein. Wenn es nicht richtig eingehakt ist, klingt das sehr verstimmt. Dann fehlt der Wind. Zum Beispiel hier im Oberwerk haben wir eine ganz normale Schleiflade. Hier brauchen wir nichts einhaken. Aber hier muss es gut eingehakt werden. Dann haben wir hier das Hauptwerk und hier das Oberwerk. Hier habe ich nichts gezogen.